Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video habe ich ein wirkliches Produkt-Highlight. Und zwar habe ich hier einen Tommy Hilfiger Geldbeutel, bestellt aus Amazon. Amazon wird wirklich immer schneller, also der war innerhalb von eines Tages da. Das ist wirklich krass. Ich verlinke euch das Produkt mal hier unter diesem Video. Könnt ihr euch mal selber anschauen. Es gibt es in zwei verschiedenen Farben. Aber ja, also dieser Tommy Hilfiger Geldbeutel ist ideal als Weihnachtsgeschenk für euren Mann, Ehemann, Freund, Vater, was auch immer. Und ja, wir packen den jetzt aus und schauen uns das Ganze mal an. Also allein schon die Verpackung sieht wirklich wieder sehr, sehr edel aus. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut an Tommy Hilfiger, dass diese Produkte einfach so elegant einpacken. Wenn man so ein Weihnachtsgeschenk bekommen würde, würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Weil es sieht einfach schön und elegant aus. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Wir sehen, sehr schön eingepackt. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Das ist jetzt die Farbe Brown. Sie wird in Amazon in Brown angegeben. Also Braun. Allein schon von der ersten Optik, vom Gefühl her, wirklich sehr, sehr qualitativ. Gefällt mir sehr gut. Wir gehen auch gleich nochmal auf das Material ein. Also in Kombination mit der Verpackung, was dann rauskommt, ist wirklich top. So, außen herum haben wir 100%iges Rindsleder. So sieht das vom Design außen aus. Also wirklich sehr, sehr schön. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist, dass das Tommy Hilfiger Logo hier in der Mitte steht. Also es hat nochmal so etwas Extramäßiges. Normalerweise hat man es hier rechts. Und jetzt hier hat man es in die Mitte platziert. Hat auch etwas sehr Besonderes. Genau. Und jetzt klappen wir das mal auf. Also wir sehen, haben wir wieder Verpackung ein bisschen drin. Genau. Wir sehen, wir haben hier genug Bereiche für unser Geld. Geldbeutel an sich wiegt fast gar nichts. 130 Gramm. Also wirklich sehr leicht. Das ist mir auch sehr wichtig gewesen. Weil ihr kennt das vielleicht, wenn man so einen schweren Geldbeutel hat, dann zieht das einen irgendwie die Jackentaschen runter oder die Hosentaschen. Und ist auch ein unangenehmes Gefühl. 130 Gramm ist wirklich sehr, sehr leicht. Und mir gefällt einfach wirklich krass diese Verarbeitung, wenn man das Ding berührt. Wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier 8 Fächer für Kreditkarten. Also 8 Fächer für Kreditkarten. 5 Seiten Fächer für Personalausweis. Kalender, Bilder. Ein Sichtfach haben wir. Das haben wir hier. Auch wirklich sehr schön. Und ein Fach für Münzen. Und so sieht das aus. Das kann man natürlich rausnehmen hier. So. Und so sieht das aus. Das eine Fach. Also wirklich Platz genug. Und ja. Also wie gesagt, von der Verarbeitung außen herum 100%iges Rinsleder. Innen haben wir ein 80%iges Polyesteranteil und 20% Baumwolle. Aber wie gesagt, also es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Und auch der Innendesign sehr elegant, sehr schön gemacht. Hier nochmal das Logo. Also die Aufschrift. Hilfiger. Genau. Aber ich finde, besonders von außen ist es einfach ein richtiger Eyecatcher. Es fällt auf. Es fühlt sich gut an. Es ist nicht so schwer. Und was halt natürlich auch wichtig ist. Wir haben hier genug Fächer. Nichts ist schlimmer, wie wenn man keinen Platz für Karten oder sonst was hat. Also man hat hier auf jeden Fall genug Fächer. Hier könnte man noch ein Bild reinmachen. Hier hat man noch einen Platz. Hier hat man noch einen Platz. Genau. Also der Gelbbeutel liefert auf jeden Fall ausreichend Platz. Und vom Design her wirklich sehr schön. Kann man nichts sagen. Den gibt es auch in einer anderen Farbe nochmal. Ich glaube es war dunkelblau. So geht es so Richtung dieser Farbe von der Hilfiger Packung. Ich verlinke euch mal die beiden Produkte unter diesem Video. Könnt ihr euch mal anschauen. Und genau als Weihnachtsgeschenk für euren Freund, Vater, Ehemann oder wem auch immer. Wirklich ideal. Ich werde den Gelbbeutel auch selber behalten. Ich habe mich hier selber beschenkt. Noch mal ein paar Eindrücke. So Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig abonnieren Leute. Das gibt mir immer Motivation weiterzumachen. Schreibt mir einfach mal unter die Kommentare, falls ihr euch den Gelbbeutel gekauft habt. Wie er euch so gefällt. Mir gefällt er wirklich sehr gut. Vor allem dieses 100%ige Rindleder. Macht den Gelbbeutel wirklich aus. Das ist Qualität. Qualität von Hilfiger. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen habt Leute. Dann würde ich sagen, da sehen wir uns wieder zum nächsten Video Leute. Bleibt gesund und macht's gut.